Yo, moin! Wir sind wieder da bei Star Wars The Force Unleashed. Hier sind wir stehen geblieben. Wir kämpfen gerade gegen Ozzik Störn auf dem Planeten Kashyyyk. Und müssen gerade hier die Verankerung von diesem seltsamen Turm zerstören. Wie gehen das nochmal? Ja. Und dann fragen wir hier nochmal ein paar Wookies. Und da vorne ist ja auch Ozzik Störn. Dann schnappe ich mir nochmal eben das Sith-Holokron und dann geht's ab. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt ein anderes Gerät, um Sound aufzunehmen. Ich weiß nicht genau, ob die Soundqualität besser ist. Das könnt ihr mir ja unten in den Kommentaren schreiben. Oh, irgendjemand schießt da auf mich? Ach, der ist so leicht. Den habe ich ja schon gleich. So, Tastensequenz, Leertaste, Q. Bam, 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 bam. Und E. So, das war's mit ihm. Erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei der Videosequenz. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann! Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shark T. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete auf... Felucia. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Felucia und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Marys? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst mich. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Dann sind wir jetzt auf unserem alten, neuen Planeten. Felucia. Der jetzt von den Imperialisten oder allgemein vom Imperium, äh, besiedelt wird. Gut, da oben sehe ich einen Sith-Holokron. Ah, ja, Jedi-Holokron. So, da bin ich was reingelaufen. Oder die sehen irgendwie verändert aus. Ich glaube, die sind... Ach ja, genau. Die sind von der bösen Seite jetzt, äh, die sind der dunklen Seite der Macht verfallen. Steht da jetzt ja auch oben, dunkler Felucianer. Mal sehen, kriege ich das so? Ah! Na, nicht ganz. Probier's nochmal. Nee, da musst du, glaube ich, irgendwas anderes machen. Ach, scheiß drauf. Ich hol mir das später und schneide das dann raus. Oh, da habe ich den noch endlich mal zum Liegen gebracht. Das muss ich ausnutzen. So, gar kein Problem. Das muss ich ausnutzen. Probier ich's nochmal. Na. Ein Versuch ist das wert. Au! Hätte ich's mal doch besser sein gelassen. Dann hätte ich jetzt nicht so versagt. Ah. Ich komm einfach nicht auf diesen Großen darauf. Probier's mal von hier. Äh. Nee, da fehlt immer noch ein Stück. Bam. Ja, ich muss sagen, so langsam komme ich auch mit der Steuerung zurecht. Am Anfang fiel mir das ja echt schwer. Ich meine, man muss sich das mal vergleichen. So, das erste Video. Würfel-Format, schlechte Render-Qualität, schlechte Sound-Qualität. Man hat mich ja wirklich im ersten Video kaum gehört. Und natürlich das Gameplay an sich. Da hab ich mich ja wirklich schwer getan mit der Steuerung. Aber jetzt ist das ja gar kein Problem mehr, finde ich. Ach Gott. Ah. So Lust hab ich auf die jetzt nicht. Oh, das ist nervig. Ah, der hat natürlich auch ein Schild. Na klar. Oh, was kommt jetzt? Ah, super. Ich hab hier auch sonst nichts Besseres zu tun. Piu, piu, piu. Joa, das war's mit mir. Ich war mal eben so frei, das jetzt zu schneiden. Mal sehen, ob ich jetzt wieder versage. Ich hoffe mal nicht. Da war ich nicht ganz gekonnt aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann wohl nicht auf die Dauer gut gehen, dass ich jetzt das auch ohne irgendwelche Komplikationen überlebe. So, Leertaste, Maus 1. Ups, nein. Nochmal. Au. So, nochmal eben geschnitten. Ja, ich spiel gerade nicht so gut, beleid. Nochmal Leertaste, Maus, Taste 1. So, jetzt krieg ich das aber hin. Ah, ein Holocron. Ich hab's gewusst. Da wäre nicht umsonst so ein Gang gewesen. Und 10.000 Machtpunkte. Dann werden wir demnächst auch wieder mal ein Level aufsteigen. Ich hoffe es jedenfalls. So hoffen wär's. Ziel hoch. Nein. Nee, da komm ich wohl nicht mehr hoch. Von da aus. Ja. So. Man muss sich einfach zu helfen wissen. Aber das war... Ach, scheiße, ja. Moment, wo... Ach, verdammt, jetzt hab ich mich ernsthaft verlaufen. Nee, hier muss ich doch rum. Da drüben. Das ist deine... Noch einer. Ach so. Damit es nicht langweilig wird. Ich mein, das ist schon ein klasse Spiel, aber... So... Die Spielhandlung ist einfach andauernd wiederkehrend. Und das nervt natürlich schon ein bisschen. So, Maus, Taste 1. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Aber ich kann euch eins versprechen, ab dem nächsten Part wird's wirklich interessanter. Ihr seht's hier vorne, also dann schaltet wieder ein.